Moin von Sylt! Ich bin Annette von Syltfit und wir sind hier auf dem Roten Cliff mit einem Wahnsinnsblick auf die Nordsee und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei meinem Programm extrem fit mit Syltfit. Ein hochintensives Intervalltraining, 50 Sekunden Power, 10 Sekunden ein bisschen Slowdown und das Ganze über zehn Minuten lang. Ich freue mich, wir legen direkt gleich los mit einer kleinen Aufwärmphase in genau 4, 3, 2 und los, komm! Jumping Jacks, auch Hampelmänner genannt, ganz locker in den Knien bleiben. Kommt ein bisschen breit, zieht die Arme von oben über die Seite zu eurer Hüfte. Atme nicht vergessen. Ein ganz Körper-Workout nur für euch. Ganz schnell, ratzfatz, wann immer du magst, wo immer du willst. Atmen. Die letzten acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, zwei. Kurze Pause. Bleib in Bewegung. Bleib in Bewegung. Wir fangen an mit Launch Kick. Das heißt, rechtes Bein nach hinten und du kommst nach vorne mit einem Kick. Dein Knie geht hinten tief und kick. 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 Und schön nach vorne. Schön tief kommen. Nimm die Arme mit. Atme. Bleib ganz fest im Rumpf und komm. Zack. Langsam fängt dein Oberschenkel an zu brennen. Durchhalten. Über die Hälfte schon geschafft. Und komm. Atmen. Jawohl. Du verbrennst hier mehr Kalorien als bei jedem Ausdauertraining. Bleib dran. Kurz und knackig. Und die letzten. Vier. Drei. Zwei. Und kurz Pause. Kurz auslockern. Mit der anderen Seite. Geht's weiter. Ab nach hinten. Und komm. Kick. 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 Und kick. Schön nach vorne. Dein Bein geht hinten tief. Such dir deinen Rhythmus. Wichtig ist hier. Durchhalten. Gib 110 Prozent. Versuch die Balance zu halten. Das wird von Mal zu Mal besser. Und komm. Auch hier schon wieder über die Hälfte. Die letzten Sekunden laufen schon wieder. Jawohl. Bleib dran. Und die letzten. Vier. Drei. Zwei. Und go. Okay. Ich schnapp mir kurz eine Matte. Wir kommen auf den Boden. In den Seitstütz. Dein Ellenbogen. Unterhalb der Schulter. Mach dich lang. Wir drehen uns ein. Und ein. Schön eindrehen. Bleib stabil. Ausatmen. Oh nein. Und ein. Sehr gut. Du kannst auch das halbe Tempo nehmen. Wie immer du magst. Das Wichtige ist hier. Wirklich durchzuhalten. Und auf die Qualität der Übung zu achten. Und komm. Und schon wieder die letzten Sekunden. Bleib dran. Und noch einer. Und einmal Seitenwechsel. Andere Seite. In den Seitstütz. Oberes Bein vorne. Mach dich gerade. Zieh dich rein. Und komm. Nicht durchhängen in der Hüfte. Schön fest machen. Halte durch. Super. Wir haben den ersten Durchgang gleich geschafft. Das heißt, die ersten fünf Minuten sind um. Und gleich machen wir noch einmal ein Repeat. Das heißt, alle fünf Übungen noch einmal hintereinander. Für dich umso besser zu wissen, wie sie funktionieren. Und du kannst dich auf die Ausführung konzentrieren. Komm. Bleib dran. Die letzten. Vier. Treu. Zwei. Und. Einmal lösen. Zweiter Durchgang. Jumping Chicks. Und los geht's. Komm. Jawohl. Gut. Ihr seht auch, der Wind ist da. Gehört immer dazu, wenn man auf Sylt ist. Mir ist warm. Ich hoffe, euch langsam auch. Und es macht weiterhin Spaß. Dranbleiben. Die letzten vier, drei, zwei. Und wir kommen wieder in den Launch Kick. Nach rechts. Das heißt, rechts ist hinten. Und wir legen los. Zack. 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 Ich nehme hier mal ein bisschen Sandmist. Du wirst ihn aufpassen. Ihr zu Hause habt das sicherlich nicht. Schade aber auch. Dranbleiben. Nimm die Arme mit. Schön nach hinten gehen. Und Kick. 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 Ja. Achtung auf die Balance. Bei mir liegt's am Wind. Und die letzten. Zwei. Und. Bleib dabei. Einmal kurz durchatmen. Letztes Mal Launch Kick. Andere Seite nach hinten. Und komm. Zack. Hinten tief. Und Kick. Tief. Kick. Tief. Kick. Tief. Kick. Tief. Kick. Wer will, macht's schneller. Hup. Hup. Zack. Wie du magst. Such dir dein Tempo. Zack. Mach auch hier ein kleines Intervall. Länger. Und tiefer. Kürzer. Und schneller. Balance halten. Und kicken. Und kicken. Und auch hier die letzten. Zwei. Jawohl. Wir gehen nochmal auf den Boden. Ich nehme mir die Matte. Kommt einmal in den Seitstütz. Und einmal eindrehen. Gerade machen. Drehen. Hup. Zack. Tief. Tief. Und hoch. Tief. Wem das zu schwer ist am Anfang, winkel das untere Bein an. Setz das Knie auf. Durchhalten. Tief. Und hoch. Schon über die Hälfte geschafft. Komm. Zack. Jawohl. Bleib dran. Bleib dran. Bleib dran. Gut. Und die letzten. Und einmal auch hier lösen. Zack. Andere Seite. Weiter geht's. Komm tief. Und hoch. Tief. Hopp. Kommt die letzte Übung. Gib alles. Tief. Und tief. Hopp. Zack. Power. Nicht nachlassen. Gerade bleiben. Stabilität im ganzen Körper. Kopf. Die letzten Sekunden kommen schon. Kopf. Jawohl. Und einmal. Drei. Zwei. Und der letzte. Ihr Lieben. Das war's schon wieder für heute. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bleibt so fit. Scripture. Und er sei. Sie��. Sous.